Yo, servus und willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video geht es ausnahmsweise mal nicht um ein Depot, sondern ich zeige dir, wie du Aktien auf Trade Republic kaufen kannst. Entweder einzeln, in Stücken, oder eben im Sparplan. Das heißt, du kannst auch Teilaktie kaufen, also Bruchstücke von Aktien, sage ich mal. Alles, was du dazu machen musst, ist ganz simpel. Natürlich erst mal dein Depot einrichten, Geld einzahlen und dann geht es auch schon los. Und zwar gehst du unten auf die Lupe. Und jetzt hast du die Möglichkeit, runter zu scrollen. Du siehst zum einen jetzt die beliebtesten Aktien, die beliebtesten ETFs, Entschuldigung, aber auch Derivate, Optionsscheine, Knockout-Zertifikate und so weiter und so fort. Wir gucken uns jetzt aber mal die Aktien an. Du hast jetzt zwei Möglichkeiten, um Aktien zu finden. Entweder du gibst oben jetzt in der Suche zum Beispiel Microsoft an und wird schon angezeigt und du hast jetzt Microsoft und könntest auf Kaufen klicken und könntest schon kaufen. Oder aber, was auch ziemlich interessant ist, du hast sowohl bei den Aktien, bei den ETFs, als auch bei den Derivaten oben rechts neben beliebte Aktien ein kleines Mehr stehen. Jetzt klicken wir mal auf Mehr und jetzt haben wir alle Aktien quasi. Das wäre natürlich jetzt schwachsinnig, da zu suchen. Deswegen gibt es die Möglichkeit, unten auf das schwarze Feld auf Filter zu klicken. Und jetzt können wir ganz bequem suchen. Und zwar, wie du siehst, es gibt 7.066 Aktien. Und wir können jetzt gucken, was wir wollen. Also zum Beispiel, du weißt, du willst Tesla, Amazon oder Alibaba, dann kannst du es oben angeben. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Sparplan willst, da kommen wir gleich drauf, dann hast du nur 1.118 Aktien von den 7.066 zur Verfügung. Wobei das nur natürlich in dicken Klammern stehen muss, denn nicht überall, nicht bei jedem Brokern kannst du wirklich Aktien in einem Sparplan besparen. Das heißt auch große Aktien, teure Aktien wie zum Beispiel Amazon, die bei einem Stückpreis von, sagen wir mal, 2.700 Euro für einen Anfänger, für vielleicht einen Student, der monatlich nur 25 bis 50 Euro besparen kann, kämen anders gar nicht in Frage. Und so ist es auch für eben diese Personen, die noch am Anfang ihrer Investorenkarriere stehen, ideal. Schauen wir uns aber mal weiter, was wir noch suchen können. Wir können uns jetzt in Ländern irgendwelche Aktien raussuchen. Zum Beispiel, was gibt es für griechische Aktien? Können wir uns anzeigen lassen. Dann hast du da eben verschiedene griechische Unternehmen. Zum Beispiel eine griechische Bank. Klingt sehr vertrauenswürdig. Ja, nicht. Genau. Jetzt können wir wieder suchen. Und Indizes können wir natürlich auch suchen. Also den ATX zum Beispiel. Das ist jetzt der Austrian Traded Index. Also der österreichische Trading Index. Ich sage immer lustigerweise der Kack 40, also der Kack 40. Wird natürlich so nicht ausgesprochen. Das ist der französische Index. Den DAX, den kennst du natürlich. Dow Jones haben wir in Amerika. Euro Stocks, europäisch. RTSI, Großbritannien. Den MDAX, das ist quasi die zweite Bundesliga in der Aktienwelt in Deutschland. Also der DAX, der MDAX, der SDAX. Es gibt auch noch einen TechnikDAX. Genau, der SMI, das ist dann quasi der Schweizer Index. Da haben wir einen einzigen Vertreter nur. Also das heißt, meine geliebte Mayer Burger oder Nestle als Beispiel. Die findest du hier gar nicht. Leider. Ja, da geht es halt weiter. SP 500 ist Amerika und so weiter. Allerdings ist es auch spannend, was ich zum Beispiel ganz gerne nutze, um Aktien zu suchen, ist, ich sage oder ich überlege mir, was könnte quasi unser Land gebrauchen. Ja, wo sind wir? Zum einen kannst du natürlich sagen, ganz klar interessante Felder sind jetzt zum Beispiel die Pharmafirmen, weil krank sind die Menschen immer und Medikamente brauchen sie auch. Oder man kann sagen, Mensch, in Elektromobilität, weil Öl, Benzin, plump ausgedruckt, ist begrenzt. Aber Elektro, zum Beispiel durch Windenergie, Sonnenenergie, ist in Anführungszeichen unbegrenzt. Was natürlich Schwachsinn ist. Die Sonne, die scheint auch nicht für immer und ewig. Aber das ist eben so eine Überlegung. Oder du kannst sagen, in künstliche Intelligenz oder in Solarenergie. Oder du sagst, hey, es gibt jetzt zum Beispiel Dürreperioden. Die Hitze, die wird immer höher und die Durchschnittstemperatur auf der Welt steigt. Also könnte doch zum Beispiel Wasser eine kostbare Ressource sein, Energie und Wasser. Und jetzt könnte man zum Beispiel da reingehen und könnte sich die Aktien mal angucken. Das ist natürlich jetzt ein bisschen mühselige Arbeit. Aber hey, ich meine, man muss eben auch ein bisschen arbeiten oder bereit sein. Und dann gucke ich mir jetzt zum Beispiel eine Aktie an, wo ich jetzt gar nicht kenne. Sagen wir einfach mal Earth Renew. Okay, das ist jetzt eher ein schlechtes Beispiel, denke ich mal. Oder? Wie lange gibt es die schon? Ach, guck mal, die gibt es noch gar nicht lange. Die gibt es erst seit einer Woche. 8,3 Millionen Euro am Markt kapitalisiert. Mit 8,3 Millionen. Kommt aus Kanada. Gibt es jetzt wenig Infos. Aber wahrscheinlich sehr teuer, wenn ich die kaufen will. Die kostet 14,8 und da unten steht jetzt Ask. Also ich scrolle mal hoch. Oben rechts heißt, für 15,9 Cent könnte man die bekommen. Ja, ist ziemlich interessant. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht. Ich markiere mir das mal da oben. Siehst du das? Kann man sich auch was zur Watchlist hinzufügen. Dann hat man die genauer im Blick. Vielleicht ist es eine hochspekulative neue Aktie, wo man einfach mal 50 Euro reinballern kann. Und mal gucken, was passiert. Oder 100 Euro, keine Ahnung. Ein bisschen spielen. Genau. Aber jetzt will ich dir zeigen, wie man eine Aktie kauft. Jetzt hast du gesehen, wie man welche sucht. Und wir gehen jetzt mal als Beispiel nochmal zu den Aktien, die eben bespart werden können. Also hier rein. Sparplan. Jetzt Ergebnisse anzeigen. Und es zeigt dir in der Regel die Ergebnisse so an, wie eben das Trading-Volumen des Tages war. Tesla ist eben heute die Aktie gewesen. Ich gehe davon aus, dass es jetzt explizit auf Trade Republic ist, wo am meisten getradet wurde. Das heißt, das steht jetzt hier ganz oben. Ist ja klar, das Beliebteste. Das will eben auch hier der Trade Republic eben publik machen, dass eben viele, wenn es geht, tradet, dass die mehr verdienen. Ganz klar. Und da gehen wir jetzt mal drauf. Und jetzt habe ich hier die Möglichkeit, auf den grünen Button mit der weißen Schrift zu gehen. Kaufen. Beziehungsweise ich kann dir noch zeigen, was hier noch steht. Also du hast jetzt hier erstmal oben natürlich die heutige, beziehungsweise von der Woche, vom Monat, vom Jahr. Oder der Maximalwert, wobei der Maximalwert sich auf fünf Jahre bezieht. Ist ein bisschen schlecht. Also es gibt Aktien, die sind zum Beispiel wie Microsoft schon gefühlt ewig auf dem Markt. Bestimmt schon 30 Jahre plus. Und die haben halt auch nur von den letzten fünf Jahren einen Ausblick. Du hast jetzt dann hier Kennzahlen, wo du dir angucken kannst. Wobei ich dir ganz klar sage, alles, was du hier liest, das ersetzt einfach keinen hundertprozentigen Informationsbedarf, den du hast, wenn du eine Aktie kaufst. Du hast hier zwar jetzt die Information, wie es in den letzten 52 Wochen gelaufen ist. Du hast hier die Info, dass es jetzt auf einem absoluten Höchststand war erst. Und auch die Analystenmeinungen hast du. Also hier zum Beispiel ist 27 Prozent der Analysten sind dafür, dass man die Aktie schnellstmöglich verkaufen sollte. Und da muss man sich halt auch fragen, okay, wer sind die Analysten? Wer bezahlt die Analysten und wie kommen die auf ihre Werte? Und dann natürlich auch noch, das ist schon ein bisschen älter, das kann auch schon wieder ein bisschen zu alt sein. Also ein bisschen out of date. Derivate kannst du hier holen, Optionsscheine, das zeige ich dir mal in einem anderen Video. Wenn ich jetzt mit Optionsscheinen dann ein bisschen anfange, habe ich auch schon Erfahrung gesammelt. Und hier ist natürlich noch die Information, wie lange es das schon gibt. Das gibt es jetzt seit 2003. Und dann hast du hier unten auch noch Nachrichten, also von einer Stunde, Roundup 4, Tesla muss Bauarbeiten stoppen, bla bla blub. Und dann kannst du dir halt da auch Informationen holen, das finde ich ganz interessant. Wobei du das jetzt bei Tesla hast, weil es eine Riesenaktie ist, bei anderen Aktien hast du da keine Information. Oder vielleicht nur alle paar Wochen mal. Jetzt gehen wir auf Kaufen. Und jetzt hast du die Möglichkeit, hier in der Mitte, da steckt Marktpreis, mit so einem Pfeil nach unten, drauf zu klicken. Und du kannst jetzt eben in Marktpreis, Limitpreis, Stoppreis oder Sparplan machen. Und ganz wichtig, ein ganz, ganz blöder Fehler, der mir schon passiert ist, wenn du hier sagst, zum Beispiel, du willst jetzt eine Aktie. Gut, ich habe jetzt nicht genügend Geld, um mir eine Aktie hier zu kaufen, also nicht genügend Geld auf meinem Verrechnungskonto. Aber wenn du dir jetzt eine Aktie kaufen willst, und zwar zum Marktpreis, dann würdest du jetzt im Moment für 549,80 Euro die Aktie kaufen. Aber wie du gerade gesehen hast, in dem Moment, wo ich es gesagt habe, ist der Preis hier nicht fix, sondern es kann auch einen Sprung geben. Und in dem Fall, ob ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe und 10 Cent mehr oder 20 Cent mehr bezahle, ist scheißegal. Stell dir aber vor, du hast jetzt die Aktie, die ich dir vorher gezeigt habe, die kostet 15 Cent. Ist relativ neu. Stell dir vor, du sagst, okay, 15 Cent. Ich gehe da jetzt mit, sagen wir einfach mal mit 10 Prozent von meinem Depot und willst rein und sagst, ich kaufe mir jetzt 1.000 Stück oder 10.000 Stück. Und jetzt, gerade in der Zeit, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, geht ein mittelgroßer Investor rein für zum Beispiel 100.000 Euro. Die Aktie ist mit gerade mal 8 Millionen am Markt kapitalisiert. Das heißt, in dem Moment würde der Kurs stark steigen und du würdest statt 15 plötzlich in dem Moment vielleicht 16, 17, 18 bezahlen. Und das ist verdammt viel, wenn du Zehntausende hast, je nachdem, wie viel du zahlst. Und das kann ziemlich, ziemlich gefährlich sein, gerade bei Penny Stocks, die A, volatil sind und B, wo eben die Preisspanne, also die Spreads auch sehr hoch ausfallen könnten. Jetzt können wir es aber so machen, so mache ich zum Beispiel immer, ich gehe auf den Limitpreis und sage, okay, pass auf, jetzt sind wir hier bei 550, 20. Ich möchte es auch zu 550, 20 kaufen, gültig für ein Jahr oder ich kann machen, tagesgültig, je nachdem. Und da steht jetzt, die Order wird voraussichtlich sofort ausgeführt, da eben der Limitpreis, also jetzt zum Beispiel wird es schon nicht mehr funktionieren, weil es jetzt bei 550, 30 war und dann müsstest du wieder warten. Aber auch hier gilt, das musst du verstehen, Limit, Order, eine Order heißt immer, dass ab diesem Preis die Order abgegeben wird. Und ein Marktpreis wird immer sofort abgegeben. Und wenn es jetzt zum Beispiel zwei Stück gibt, also zum Beispiel du willst jetzt die Aktie haben für, also es gibt jetzt nur ein Aktienverkauf und zwei, wo es kaufen wollen. Und du bietest jetzt 550 Euro, ich biete 550 Euro. Du machst aber den Marktpreis und ich mache aber hier den Limitpreis, dann wirst du bevorzugt, weil ein Marktpreis immer eine höhere Priorisierung hat. Das ist auch wichtig, das ist quasi ein großer Vorteil, aber der Nachteil ist, du bist nicht davor gefeit, wenn jetzt eben ein großer Sprung kommt. Und wenn jetzt zum Beispiel, oder wenn wir jetzt bei der anderen Aktien sind, die sind jetzt zum Beispiel bei 15 Cent und ich sage, ich möchte die Order bei 15 Cent abgeben und in dem Moment springt es auf 20 Cent, dann wird meine Order einfach nicht ausgeführt, weil erst ab 15 Cent. Es kann natürlich so sein, du kannst aber auch für 15 Cent zum Beispiel 10.000 Stück kaufen, gibt dann quasi bei 15 die Order an und jetzt kommt es, dann kann der Preis immer noch steigen und die ersten 5.000 werden dann vielleicht für 15,04 oder 4 verkauft und die nächsten vielleicht bei 16,17. Das kann auch passieren, das muss dir klar sein. Das ist ganz wichtig zu verstehen. Das heißt, Limit Order heißt nur, du gibst ab einem bestimmten Limit eine Order ab. Wichtig. Genauso beim Verkaufen. Du verkaufst eine Aktie, du kannst eine Order angeben, aber du hast keine hundertprozentige Garantie. Das heißt, hättest du Wirecard-Aktien gehabt, wo eine Wirecard-Aktie 100 Euro kostet und du sagst, weißt du was, ich sichere die mir bei 99 Euro ab und wenn die jetzt fällt oder so wie sie gefallen ist, auch sagen wir einfach mal 5 Euro, dann hättest du eben wahrscheinlich auch nur 5 Euro gehabt, weil das gerade in dem Moment für 99 Euro einer abkauft, ist ja unwahrscheinlich, vor allem wenn du einen Limitpreis hast, also eine Limit Order. Es gibt noch einen Stoppreis, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, sondern ich möchte dir jetzt noch den Sparplan zeigen. Ich habe jetzt nicht genug Geld zum Beispiel für eine ganze Aktie, die ist 550 Euro teuer. Ich kann jetzt aber sagen, okay, ich möchte einen Sparplan. Ich bin zum Beispiel jetzt ein Student, habe nur 20 Euro im Monat übrig. Dann kann ich sagen, weißt du was, ich kann jetzt zweimal im Monat, monatlich oder quartalsweise einbezahlen. Also wenn ich jetzt zweimal im Monat gehe, könnte ich jetzt am 4. oder am 18.1. beginnen und zahle immer am Anfang oder Mitte des Monats ein. Ich könnte es monatlich machen oder quartalsweise. Sagen wir einfach mal, ich möchte jetzt monatlich Geld einzahlen und jetzt können wir mal zum Beispiel Mitte des Monats, finde ich persönlich besser, weil die meisten zahlen wahrscheinlich Anfang des Monats ein, dann ist es vermutlich teurer. Das ist nur so ein Bauchgefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Und jetzt zahlen wir einfach mal Mitte des Monats und jetzt gucken wir einfach mal, wenn ich jetzt 1 Euro mache, dann heißt es wahrscheinlich, es funktioniert nicht. Nee, investiere mindestens 10 Euro. Das heißt, du musst mindestens 10 Euro kaufen, monatlich bereitstellen oder maximal 5.000 Euro. Also ich sage jetzt, okay, ich möchte jetzt 25 Euro monatlich besparen. Tesla, Beitrag 25 Euro monatlich. Erste Ausführung am 18.01. Kosteninformationen. Das geht über die L&S Exchange, also Long & Schwartz. Und das sind 25 Euro. Du zahlst nichts, also Kosten, Wertpapierkaufes pro Sparplanausführung 0 Euro. Die Haltedauer 0 Euro. Nur den Verkauf, da kostet dich eine Fremdkostenpauschale 1 Euro. Das heißt, du kaufst quasi kostenlos die Aktie ein und kannst jetzt hier, wenn jetzt der Betrag 25 Euro ist, eben einen bestimmten Betrag halten. Also in dem Fall jetzt 0,05 Prozent ungefähr. Also 0,5 Anteilen hältst du dann. Und wenn du sie verkaufen willst, kannst du die, wie gesagt, für 1 Euro kaufen und Bruchstücke kannst du kostenlos verkaufen und die ganzen Stücke kannst du so verkaufen. Also du kannst entweder, wenn du jetzt zum Beispiel 1,1 Stück hast, kannst du eben 1,1 Stück direkt verkaufen, kannst es aber nur über den Marktpreis verkaufen. Das habe ich mal getestet. Und das heißt, es kann sehr teuer werden. Oder du sagst, ich verkaufe einen direkt so, ganz normal, über Limitverkauf zum Beispiel. Oder 0,1 als Bruchstück. Das kostet dich nichts. Aber das kann auch länger dauern und ist wieder über Marktpreis, also Marktorder. Deswegen solltest du immer überlegen beim Verkaufen, wie du das machst. Du kannst auch sagen, du besparst so lange, bis du genaue Stückzahl hast, zum Beispiel von 1. Das kannst du ja auch beeinflussen. Also wenn du 0,6 Teile hast, dann kannst du ja grob versuchen, dass du das nächste Mal genau auf 1 kommst, wenn du kurz vor der Sparplanausführung ausrechnest, wo, wie ungefähr, wie hoch der Kurs ist. Wobei das natürlich eher unmöglich ist, genau vorherzusehen, aber grob kann das schon gut klappen. Ja, in diesem Sinne, machen wir das jetzt auch mal ganz kurz, wie das jetzt aussehen wird, wenn ich den Sparplan ausführe. Moment. Sparplan jetzt erstellen, kostenpflichtig. Sparplan erstellt. Im Order Manager findest du alle deine Sparpläne. Stelle sicher, dass du immer genug Geld auf deinem Konto hast. Okay. Das heißt jetzt, offene Order. 25 Euro monatlich würde jetzt hier stehen, beziehungsweise, wir gucken das mal an, in der Order. Das ist rechts bei dem Buch. Da siehst du, okay, ich habe hier eine Stopp-Order. Nikola schmeißt es raus bei 10,05 Euro. Hoffentlich nicht. Hoffentlich kann ich es vorher verkaufen. Und oben mein Tesla kann ich jetzt ändern. Könnte jetzt angeben, zum Beispiel, ich will es doch zweimal im Monat machen oder quartalsweise. Oder ich kann sagen, weißt du was, ich persönlich möchte kein Tesla mehr haben oder kann es mir nicht mehr leisten oder möchte weniger zahlen. Ich lösche es einfach wieder. Sparplan löschen. Und weg ist es. Und das war auch schon mein kleiner Beitrag zum Thema, wie kaufe ich Aktien oder wie finde ich Aktien auf Trade Republic. Beim nächsten Mal zeige ich dir, wie du ETF idealerweise finden kannst. Da habe ich auch schon spannende Videos zugemacht. Und wir gucken uns mal an, wie das ist mit Optionsscheinen. Da gehen wir auch ein bisschen mehr Risiko ein. Mal ein paar Knockout-Zertifikate testen, Optionsscheine und so weiter. Deswegen, wie gesagt, lass mal einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal für weitere Informationen. Und wenn du Fragen hast, stell sie in die Kommentare. Gerne beantworte ich sie auch mit einem Video. In diesem Sinne, viel Erfolg und eine besinnliche Vorweihnachtszeit. Alles Gute!